Hallo und herzlich willkommen zurück bei Banished. Im Anfang Jahre 60 sind wir zu Gange. Unsere Bevölkerungszahl erhebt sich langsam wieder auf die 200 Erwachsenen zu. 170 haben wir jetzt, bzw. 169. Insgesamt schon wieder 271. Wir sind schon noch etwas entfernt von unserem Maximum, aber schon deutlich auf dem Weg. Hier sieht man, nach der großen Hungersnot geht es so langsam stark darauf. Wobei die Nomaden zwischendurch da auch gut beigetragen haben. Und ich hoffe mal, das läuft jetzt auch. Wir haben immer noch nicht alle Werkzeuge ersetzt, aber auch hier sinkt die Zahl. Das klappt also auch so langsam. Ich habe hier nochmal ein Ein-Mann-Feld von Äpfel und Weed gemacht. Das sind die Sachen, die wir neben den Beeren für die Brauereien brauchen. Ich habe mir gedacht, bevor hier nachher was Nahrung fehlt durch das Alkoholbrauen, können wir da besser nochmal einmal nachlegen. Und ich habe gelesen, dass je nach Entfernung von den Lagerhäusern hier, diese Feldgröße auch sehr effektiv ist, 6x6, weil die von einem Bauern bearbeitet wird. Keine Ahnung, ob da was dran ist, wie das genau ist. Da spielen wohl eine ganze Menge Faktoren eine Rolle, deswegen würde ich da gar nicht so drauf achten. Das soll ja hier hauptsächlich Spaß machen und keine Mathematikklausur werden. So, ich ersetze hier nochmal ein paar Straßen mit Steinstraßen, wobei... Oh, wir haben schon wieder Nomaden. Perfekt. Wobei wir halt tatsächlich 30 Stück... Ja, her damit, kommt. Alle Reihen, auch wenn ihr wahrscheinlich ziemlich ungebildet seid und keine Werkzeuge habt. Egal, es ist warm. Wir sind wieder bei 300 Einwohnern angekommen. Das ist sehr schön. Jetzt können wir nämlich hier die Nahrungsmittelproduktion... Oder wollen wir das voll machen? Ich glaube, einen Gatherer wollte ich sogar abschaffen, wenn ich mich so richtig erinnere. Forrest, da kann ruhig noch einer rein. Hier auch zwei und da auch noch zwei. Und dann gehe ich auch auf eine Mine wieder auf Kohle. So, baue aber noch nicht wieder auf Steel um. Und dann wollte ich mal eben gucken, hier genau. Dieser Gatherer, bleibt der oder geht der? Das ist die große Frage. Im Grunde arbeitet er noch im Bereich. Können wir eigentlich lassen. Warum nicht? So, hier erhöhe ich das Limit mal auf 50.000. Wenn wir genug Vorratsspeicher haben... Können wir vielleicht noch mal einen bauen. Wo wir eigentlich müssten da genug da sein. Hier steht auch noch einer da auch. Ja, das sollte also gehen. So, was sagen wir hier unsere Baustelle vom nächsten Stadtkern? Denen fehlt hauptsächlich Stein. Sollen wir hier mal noch zwei da rein tun? Ich glaube, das mache ich mal eben. So, schick. Schick, schick, schick. Fast 200 erwachsene Arbeiter. Das ist Wahnsinn. Dass das so gut schon wieder funktioniert. Das ist echt schön. Wir haben allerdings vier Leute ohne Haus. Ist das Boardinghaus voll? Tatsache, da sind ganz viele Leute drin. Wir haben ja ein Problem mit Single-Wohnungen. Das ist in der Tat ein ziemlich großes Problem sogar. Denn ich kriege ja so schnell keine neuen Häuser gebaut. Da muss ich doch hier machen, was ich letztes Mal ja eigentlich nicht tun wollte. Und zwar hier das Haus entsetzen. Und ich glaube, ich muss hier dann auch nochmal um eins erweitern. Ungern. Sehr ungern. Alternativ könnte ich natürlich auch sagen, ich gehe hier hin und prioritisiere die Dinger hier mal ein bisschen. Und hier liegen ja auch nur, dass das gut läuft. So, wie sieht es aus? Am meisten fehlt Steine. Dann nehmen wir jetzt hier nochmal ein bisschen raus. Und hier liegen ja noch ein paar Steine. Sind die schon? Deklariert zum Abbau. Nein. Perfekt. Dann weg damit. Ein Trader ist da. Wo hast du das so anzubieten? Kühe brauchen wir nicht weg damit. Tools wären jetzt richtig mal praktisch gewesen. Aber nein, wir kriegen ja nur noch Viehzeug. Unglaublich. Ich überlege, ob ich ein zweites Boardinghaus bauen soll. Sollte nochmal so ein Notfall auftreten. Hier wäre noch schön Platz, glaube ich. Oh nein, das passt gar nicht. Na. Dann verwerfen wir das wieder. Studenten. 36. Ich glaube, es wird Zeit, dass wir noch einen Lehrer einstellen. Ich beobachte das mal. Bevor das 40 werden. Ah, da ist auch einer fertig. Bevor das 40 werden, müsste ich auf jeden Fall, denke ich, den dritten Lehrer wieder anstellen. Solange lassen wir das hier nochmal auf. Wenn jetzt gleich die Häuser fertig sind, nehme ich hier die wieder in Angriff. für die Felder. Der Tunnel wäre auch wichtig. Den prioritisiere ich auch mal. Das ist ja eigentlich nicht viel Arbeit. Oh, 80 Steine auch. Boah. Steine, Steine, Steine. Oh, hier liegt ja auch noch Eisen. Klick nicht mitgekriegt. Na, wenn wir da Pech haben, verlieren wir da die ersten Leute schon wieder. Durch fehlende Häuser. Fehlende Häuser ist gut. Egal, wo ich hier hinkriege. Jetzt hatte ich natürlich drei ohne, aber ich habe meistens hier Häuser mit einem Leuten drin. Mit einem Typen drin hier. Das ist natürlich echt blöd gerade. Aber okay. Werkzeuge sind auch schon wieder ausgegangen. Sehr schön. Ich habe das Gefühl, wir brauchen einen dritten Schmied hier auch mal. Zumindest eben, um das hier wieder in den Griff zu kriegen. Das läuft nicht so, wie ich das gerne hätte. Och, Mensch. Das ist da aber auch nicht zwischenpasst hier. Das passt. Da könnte ich einen Schmied hinpacken. Eigentlich sehr weit weg von allen Stockpiles, deswegen lassen wir das. Aber hier. Hier ist doch eigentlich ganz okay. So. Der wird aber nicht privatisiert. So, was sagt die Nahrung? Eieiei. Oh, da ist wer gestorben, während er ein Kind geboren hat. So was trauriges. Oh nein. Unsere Ernte geht schon wieder flöten, weil es zu früh friert hier. Oder weil die Laufwege halt noch nicht ideal sind. Das ist echt nicht gut. Also das Farm-Design dürft ihr euch nicht so abgucken. Das ist echt suboptimal. Es ist zu weit weg. Hätte ich von Anfang an die zweite Siedlung hier oder vielleicht... war ich ja eigentlich hier schön die Lagerhäuser verteilt hat. Ist der Tunnel, der ist hier auch mal fertig geworden. Der wird auch rege benutzt. Das ist zumindest sonst ganz schön. Ja gut, okay. Ich will nicht meckern. Ich schicke die dann noch mehr Leute in die Steinmine. Läuft ja auch jetzt im Moment. Hier vielleicht über nochmal einen rein. Können wir das nicht sogar voll machen. Wenig Laborer. Aber alle Laborer, die jetzt kommen, können dann auch da bleiben. Wobei Holz auch schon wieder rausgeht, ne? sollen die Forste auch voll machen, leider. Ich möchte den Teacher vermeiden eigentlich. Aber ich glaube, es klappt nicht ganz. So, was heißt nochmal Fragezeichen? Ohne Job? Das ist seltsam. Eigentlich müsste hier alles Jobs haben. Na gut, hier die vielleicht nicht, weil Ressourcen fehlen. Ah ne, sind nur keine Arbeiter da zum Arbeiten. Egal. So, das Haus ist fast fertig. Und die priorisiert nicht. Irgendwas läuft hier entschieden falsch. Ich glaube, wir brauchen hier auch tatsächlich nochmal ein ganzes Bataillon an Gebäuden. Einen ganz eigenen Stadtkern hier. Mit Storage-Bahn. Direkt daneben vielleicht. Und Stockpile. Mache ich den auch daneben. Aber das wird noch dauern. Das ist halt sehr weit weg, bis die Leute da sind und das Zeug da haben. Weil hier ist auch nichts, was irgendwie Ressourcen bringt, außer diese Sachen. Ich könnte hier natürlich tatsächlich mal einen kompletten Kahlschlag eben machen. Das könnte helfen, wenn wir genug Labor haben. So, wie sieht es denn aus? Eisen haben wir mittlerweile wieder ganz gut. Habe ich schon eine auf Kohle umgestellt? Ja, habe ich. Tools haben wir leider noch sehr wenig. Das brauchen wir noch. Wie weit ist der zweite Schmied? Da fehlen auch nur Steine. Ich glaube... Achso, wir können... Ah, hier ist der Fehler. Ich depp. Ich habe ja nur eine Steinmine. Die zweite ist ja kaputt. Müssen wir eigentlich nochmal eine machen jetzt. vielleicht mehr hier irgendwo rüber? Wo können wir denn hier mal so ein Riesengebiet einfach flachfallen lassen? Das ist natürlich immer ganz schön doof. Vielleicht hier das weiteste... Irgendwo... Ah, nee. Ich am besten vielleicht hier einfach noch. Irgendwo Squash. Cabbage, Cherry, Bean, Pepper, Wheat. Ich glaube, Squash habe ich nicht mehr, ne? Nee. Passt da noch eins rein? Hier ist erstmal ein Händler. Den gucken wir nochmal eben. Oh, 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 oh. Jetzt wird es spannend. Der hat Zeug dabei, das wir brauchen. Ich kann nicht viel einhandeln. Kutten könnte ich noch ein paar liefern lassen. Aber Steine auf jeden Fall. Ähm, Kohle vielleicht auch. Eisen würde ich gerade gerade nicht nehmen. So, wie viel kriege ich noch? Ich bin so schlecht in Schützen. Da wäre noch mehr gegangen. So, vier Stück noch. Ein weniger. Nicht zu pingelig. So. Da haben wir schon mal ein bisschen was. Ist das nicht gut? Das ist sehr gut. Das kommt gerade recht. So, ich hätte gerne noch einen zweiten Steinbruch, Leute. Den Steinbruch finden wir hier. Ziemlich groß und unhandlich. Den hier hin machen, nicht ohne da mit den Forrester in Konflikt zu kommen. Na, wo wird sowas sich gut machen? Das ist eine gute Frage. Einfach hier unten irgendwo. Vielleicht auch einfach hier. Ist natürlich wirklich weit weg. Aber ich möchte immerhin hier auch bauen. Deswegen nehme ich das mal in Kauf. Schönen Stockball dazu. So. 17 Labra. Unsere Studentenzahl ist erreicht. Der nächste Teacher muss her. Ich glaube, dann könnten wir glatt hingehen und auch wieder auf Stahlwerkzeuge ändern jetzt. Hier auf Kohle umschalten. Zumindest schon mal einen. Dann halten die auch länger. Dann brauchen die nicht so schnell. Nachschub. Ach, der nächste Teacher soll auch schon arbeiten. Wendor. Burra kann auch. Nahrung machen wir auch voll. Dann haben wir noch sechs Labra. Schön. War alles wieder verteilt. Jetzt müssen wir nur hier Blacksmith. Da fehlt noch einer. Werd fertig. Komm. Prioritisieren. Den könnte ich jetzt gerade gut noch gebrauchen. Feuerholz haben wir auch mittlerweile wieder 200. Ich werde das hier auch nochmal erhöhen. Vielleicht auch die Kleidung haben wir schon. 400. So. Ja, im Moment. Gibt es nicht viel zu tun. Außer 70 Leute immer noch kein Werkzeug haben. Das geht ganz schön langsam voran. Aber er ist ja sofort fertig. Die Materialien sind da und es wird gebaut. von drei sehr, sehr tapferen Bilders. Die schießen das hier so quasi in den Boden. In ein Fertighaus. Oder auch nicht. Jetzt hören sie auf. Wenn man sie mal lobt. Wenn man sie mal lobt, dann hören sie direkt auf, gut zu arbeiten. Ich meine, natürlich schon, Ticke. Warum ist da los? Schneller. So, wie sieht denn die Märkte sind recht voll. Das ist okay. Sollen wir eben die Statistiken überprüfen? Für zwei Jahre schon wieder weniger produziert als benutzt. Das ist schon wieder nicht so schön. Wie sieht es denn jetzt aus? Auch weniger. Ganz knapp. Und jetzt fängt der Herbst aber auch erst an. Jetzt sollte diese Zahl ja wesentlich höher werden. Jetzt muss ich mir da echt noch was einfallen lassen. Aber dann sind wir jetzt schon mal wieder gleich. Fast. Ja, jetzt sind wir auch höher. Klappt. Jetzt wollen die Leute wieder arbeiten. Perfekt. Was man vielleicht noch machen könnte, wäre tatsächlich hier bei den etwas... Ah, hier kann ich aber auch nicht erhöhen. Hier kommt einfach was kommt. Ohne Einfluss. Aber wir lagern schon mal ein paar Mal Realien. Das ist ja schön. So, haben wir den... Der Blacksmith ist fertig. Ich hoffe, dass es gerade deswegen ein bisschen langsamer läuft, weil halt das Werkzeug fehlt. Oh, hier ist jede Menge Eisen. Schön. Eisen haben wir mittlerweile echt genug. Und auch die Kohlezahl ist wieder vielversprechend. Deswegen wechsle ich hier auch mal auf Stahl. Weil das halt jetzt auch verheizt wird. Das darf man nicht vergessen. Aber die Milen sind recht voll. Ja. Ziemlich ereignislos gerade. Macht aber eigentlich nichts. Freut mich sogar. Wäre schon schön, wenn das jetzt klappt. Oh man, wir haben schon fast 60 Studenten da. Ah, den vierten Professor habe ich auch schon wieder drin. Das passt also auch. Ja, ja. Ich hoffe nur, dass unsere Siedlung da hinten so langsam mal ein bisschen mehr Gestalt einnimmt. Denn wenn das hier nichts wird, bevor wir wieder so viele Leute haben, sehe ich da ein bisschen schwarz, was die Nahrungsmittelproduktion angeht. Ich möchte diese Felder wieder aktivieren können. Und vor allen Dingen möchte ich die Felder auch mit Leuten besitzen, was das nächste Problem wird. Denn da brauchen wir tatsächlich noch mal irgendwie 100 mehr. Da kann ich auch nichts hin tun. Das ist alles low. Firewood Locks. Oh, geht doch eigentlich. Oh, die Zahl sinkt wieder. Der dritte Blacksmith hat es gebracht. Aber die Kohle geht flöten. Da schalten wir dann doch nochmal vorsorglich wieder auf Eisen. Und bei einem machen wir nur einmal Stahl. So, Locks brauchen wir allerdings auch. Das aber auch sollte nicht so das Problem sein. Wir haben immerhin einige Förster hier am rumhacken. Wenn der da durch den Berg ein bisschen eingeschränkt ist, sollten wir eigentlich genug Holz kriegen. Ich meine, ich baue hier noch per Hand ab. Das kommt ja noch dazu. Ist ja nicht so, dass wir hier sonst nichts tun. und mit 17 Laborer, die das ausführen sollte eigentlich auch da kein Problem auftreten. Aber ich kann ja hier nochmal ein bisschen reinstecken. Schauen wir mal ein bisschen beim Arbeiten zu. Was sammelt sich denn hier? Wir haben ja alles außer Stein. Für die Gebäude fehlt eigentlich hauptsächlich auch Stein. ein Baumeister vielleicht noch. Ich habe auch gerade keine Ahnung. Ich ziehe lieber keinen mehr ab irgendwo. Dann lasse ich das nochmal lieber eben so laufen und warte ab. Da kommt noch ein Händler. Der wieder Steine bringt. Das ist schön. Kann man nicht wenigstens 6,20 da. Ja, bleibt die Frage. Was kaufen wir? Ein bisschen Kohle, ein bisschen Steine. Buh, zu wenig. 17 passt auch nicht. Wie viel brauchen wir denn? Bin mal zu faul zu rechnen. Das passt genau. 110 Steine. Schön. Vielleicht schaffen wir sogar noch ein bisschen reinzustecken. Können wir den Rest noch kaufen. Ich hoffe, da kommen jetzt nicht zu viele Studenten noch dabei, weil mehr als 80 können wir unterbringen. Mehr geht nicht. Mehr wollen wir auch nicht. Das reicht. Hier haben wir das gerade eigentlich gekauft. Ja, ne? Oh, was war das nochmal? Ich habe es schon wieder von der Korn. Konnten wir uns nicht leisten. So, wie sieht denn hier die Höh? Sieht man es schon gar nicht mehr. Ach, da war ich in den letzten 25 Jahren. In den letzten 10 ist es schon nicht mehr dabei. Kann sich schon kein Mensch mehr daran erinnern. Wir haben es fast getoppt. Schaut mal. Ist nicht mehr viel. bald sind wir weiter als da, wo ich schon fast aufgehört hätte. Wobei hier auch schon wieder die Kurve genauso fällt wie damals. Nur, dass ich diesmal halt auch noch zwei Fischer mehr habe. Ein Gatherer mehr und ein Jäger. Und ein paar kleine Farben in der Nähe. Und wenn jetzt hier bald auch Leute wohnen. Oder hier mal so ein paar Leute stärken. Ich glaube, auch das Problem hat sich mittlerweile ein bisschen gelöst. Ich finde, ah, hier ist noch eins, aber ich finde, ja, ja, die Häuser sind schön voll. Also es sind nicht nur noch nur die Normaden hier, äh, Normaden. Wir haben mittlerweile auch schon wieder ganz gut einen Stamm an eigenen Leuten. Werkzeug, komm mal, reicht hinterher. Da lagert sich die Kohle. Da mache ich dann auch nochmal einen kleinen Stock dahin. Das sieht ja nicht aus. Das ist einfach da so, nee, ne, einfach da rumschmeißen. Das machen wir nicht. Wobei hier, na, voll halt. Aber nicht schlimm. Zahl sieht echt nicht gut aus. Welches schmeißen wir wieder an? Das Haus ist fertig. Dann mache ich das hier mal wieder an. Höhe um zwei. Das hier zwischen vielleicht auch nochmal anmachen. Komm, dann machen wir die beiden mache ich noch an. Stopft dementsprechend auch direkt hier die Farme rein. Leider ein bisschen spät. Dieses Jahr müssen wir noch so auskommen. Das könnte noch ein haariger Sommer jetzt werden. Beziehungsweise Winter, nicht Sommer. Der Sommer wird gar kein Problem. eher der Winter. Ich überlege, wenn wir hier noch in Stadt, dann könnte ich hier vielleicht noch einen Gathering machen oder hier. aber das machen das machen wir dann. Wobei ich das schon mal na, nicht zu viel auf einmal. Komm, wir warten erst mal ab hier. Das dauert auch noch ewig. Wie viel haben wir eigentlich noch in Stein? Na, der ist aber noch ganz gut dabei. Fast überleg den nochmal eben zu pausieren. Na wohl eigentlich Quatsch. Lass mal laufen. Quatsch, Quatsch, Quatsch. So, schafft mir bloß das Feld hier von den Feldern. Also das Zeug. Das wäre ganz wichtig. Wir brauchen jetzt jedes Stückchen Nahrung, das wir kriegen können in nächster Zeit. Die nächsten zwei Jahre werden haarig. Aber ich versucht bin hier eins der Häuser abzureißen. Schauen wir mal. Boardinghaus ist leer, das heißt, die könnten da kurz unterkommen. Ach, ich warte noch eben. Warte mal noch mit. Bis hier die nächsten Häuser fertig sind. Zumindest Gesundheit sind wir echt voll im Moment komplett. Happiness noch nicht so ganz, obwohl wir auch schon wieder Alkohol haben. Also eigentlich sollten wir alle glücklich sein und zufrieden. Warum habe ich hier nicht bei denen fünf? Das werde ich jetzt mal eben abzureißen. Ja, machen wir hier noch fünf. So. Noch ein zu viel. Sonst ist ja alles voll. Naja. Und wir im Herbst die Ressourcen füllen sich. ich schiele mal eben auf die Einjahres Schiene hier. Letztes Jahr ganz knapp. Dieses Jahr haben wir sogar mehr produziert, als wir verloren haben. Ohne die Felder, die ich jetzt noch dazu gepackt habe. Könnte jetzt sein, dass dieses Mal so gut abgebaut wurden, weil halt so viele Farmer jetzt nichts zu tun hatten. Aber auf jeden Fall sind wir glaube ich stabiler als beim ersten Mal mit so vielen Leuten. Kommen auch schon wieder neue Label aus. Schön. Werkzeuge sind inzwischen auch schon wieder im Plus. Das heißt ich kann hier überall auf Stil wechseln. Machen wir wieder die vernünftigen. Und sonst haben wir glaube ich Taylor habe ich nie was umgestellt. Das war glaube ich sowieso nie ein Problem mit Lera und Wolle. Das läuft ja wenigstens hier super von Anfang an und ich glaube wenn ich jetzt hier mal eben auf das Inventar schaue dann haben wir da auch immer noch deutlich Überschuss Warmcode 0 genau das wollte ich sehen. Wolle 0 Hey wir haben eine Errungenschaft gekriegt Bild vom Stone aber das wollte ich gerade nicht wissen Leder 0 Ach in Hau ok im Haus da ist natürlich kein Leder 500 Leder 900 Wolle da haben wir ganz schön dick ich schau mal in die Achievements 600 ja die 900 wollte ich auf jeden Fall erreichen 600 haben wir Trader haben wir auch Fudi wo ist das neue da bauende Stadt mit 100 Steinhäuser das haben wir getan ich würde mal sagen das ist auch ein schöner Abschluss für die Folge hier das 100ste Steinhaus wird markiert darin wohnen General der Labra und Galien der Forrester wobei General jetzt ein Hunter ist warum auch immer ich hoffe es hat euch Spaß gemacht hier mit mir die 100 Steinhauser zu bauen und die Siedlung wieder in alter Frische zu kriegen ich Hitler wir sehen uns beim nächsten mal wieder euer Schum schm schm schm